Hier drüben, Joel. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Du nimmst den da, ich den anderen. Was ist los, Mann? Mann, mach schon! Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Schauen wir uns um. Was ist das? Hey, wir haben die Fichten in Südlander gebracht und alles verringert. Gut, werden wir noch mal runter und gehen dann. Es ist gleich Sparstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden... Okay.